Also wir sitzen hier mit Herrn Afghani Dönnes. Danke fürs Zeitnehmen. Sie sagen, wer glaubt, dass der Terror die größte Gefahr ist und diese mit Flüchtlingen in Verbindung bringt, der irrt gewaltig. Die größte Terrorgefahr geht von jenen aus, die den Nährboden dafür aufbreiten. Was meinen Sie damit genau? Diese ganzen Gewaltexzesse, diese Gräueltaten, die tagtäglich passieren, die sich bis vor kurzem primär auf den Nahen Osten und auf arabische und afrikanische Länder beschränkt haben, findet mittlerweile auch noch Europa Einzug, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter. Und das hat natürlich bestimmte Gründe. Den Nährboden für diese Gewalt hat eine Theologie der Verachtung aufbereitet, die jahrzehntelang auch exportiert worden ist in alle Länder. Und hier muss man die Dinge beim Namen nennen, von Saudi-Arabien, Katar und so weiter, wo im Ausland Moscheen finanziert wurden und werden, die eine Theologie des Verachtens unter die Leute bringen. Und das passiert unter dem Namen der Religion Islam, was mich gerade als auch muslimischstämmiger sehr schmerzt, weil ich weiß, dass der koranische Islam auch andere Zugänge und Haltungen beinhaltet, so wie jede andere Religion. Aber diese pervertierte Form des Islams, der von Saudi-Arabien aus über Wahhabismus, über Salafismus exportiert wird, bereitet hier massiv diesen Nährboden für Ausgrenzung, für Diffamierung, für Verfolgung, aber auch letztendlich für die Gewalt, die mittlerweile unübersehbar ist, auf. Und das muss man thematisieren. Das heißt, das eine ist die Religion und das andere ist die politische Instrumentalisierung einer Religion. Und wenn wir in die arabischen Länder schauen, wird die Religion massiv missbraucht und instrumentalisiert, um damit Politik zu betreiben. Und gleichzeitig bedienen sich die Politiker der Religion, um die Massen zu mobilisieren. Und dieser schiitisch-sunnitische Konflikt wird natürlich auch von den Außenstehenden massiv befeuert, indem die unterschiedlichen Gruppierungen auch unterstützt und hoffiert werden. Diese Terroristen sind ja nicht von gestern auf heute vom Himmel auf den Boden gefallen, sondern hier wurde das Umfeld auf- und vorbereitet, indem hier bestimmte Ansichten innerhalb des Islams, der Salafismus, verbreitet und exportiert worden ist, wo auch der Westen, Großteils und auch Amerika mit den Vertretern des politischen Islams massiv kooperieren und zusammenarbeiten. Und da kann ich Ihnen rein aus Österreich einige Beispiele nennen, warum wir derartige gesellschaftliche Zustände haben und wir letztendlich, meiner Einschätzung nach, auf wirklich einen massiven religiösen Konflikt hin steuern. Das eine ist sozusagen, wo die islamische Welt nicht aufgrund des koranischen Islams, sondern aus ihrem eigenen Unvermögen heraus der politischen Elite und auch der Klerus, der mit diesen zusammenarbeitet, zu einem geistigen Stillstand geführt hat und letztendlich ganze Staaten und Gesellschaften in Geiselhaft genommen hat. Können Sie sich an irgendeinen Nobelpreisträger aus dem arabischen oder türkischen, muslimischen Raum erinnern? Es gibt ganz, ganz wenige. Und die wenige, die es gibt, sind Nobelpreisträger der Literatur und selbst die sind Verfolgungen ausgesetzt. Also alleine das und die Stellung der Frau zeigt schon sehr viel, was hier schiefläuft. Und darum ist es wichtig, dass man differenziert. Und damit meine ich nicht die Religion diffamiert und angreift, weil alle monotheistischen Religionen haben und birgen natürlich ein Gewaltpotenzial in sich. Das, worauf es ankommt, ist die Exegese, ist die Auslegung, ist die Interpretation. Und hier gibt es eben Netzwerke, Strukturen, die eben diese Theologie der Verachtung, diesen Nährboden aufbereiten. Und das muss man thematisieren, das muss man kritisieren, das muss man bekämpfen, weil das ist Gift für jegliches gesellschaftliches Zusammenleben. Und genau in dieser Gratwanderung bewegen wir uns. Und darum macht es für mich auch so schwierig, das zu thematisieren, weil man sofort, wenn man etwas äußert, in ein bestimmtes Eck gestellt wird. Entweder ist man rechtsextrem oder islamophob oder sexistisch oder was auch immer. Und andererseits kann man dadurch dann bestimmte Fehlentwicklungen auch nicht thematisieren. Das heißt, hier gibt es eine Strategie seitens der Vertreter des politischen Islams, jegliche Kritik sofort als islamophob und ausländerfeindlich abzustempeln. Und man kann ganz, ganz schwierig vernünftige Diskussionen führen. Leider Gottes kommt auch die politische Dimension hinzu. Wir haben hier zum Beispiel, ich bringe immer die zwei Extrembeispiele. Auf der einen Seite die Rechtsparteien, die sehr undifferenziert gegen Muslime und auch Migranten teilweise argumentieren und ihre Politik betreiben. Auf der anderen Seite haben wir die linken politischen Parteien und Gruppierungen, die auch hier sehr undifferenziert vorgehen und alle als Opfer darstellen und alle als beschützenswert. Und letztendlich trägt das zu einer Polarisierung der Gesellschaft bei, was glaube ich für das gesellschaftliche Klima und für das Zusammenleben nicht dienlich ist. Sie haben gesagt, es gibt auch Beispiele aus Österreich, wo das hofiert wird. Welche Beispiele wären das? Wenn Sie sich die Medien, die Berichterstattung der letzten Tage angesehen haben, dann wären Ihnen wahrscheinlich zwei Sachen aufgefallen sein. Das eine, die Veranstaltung der FPÖ zur Befreiung von den Türken vor 333 Jahren. Und kurz zeitgleich davor die Äußerung des Bischofs Schönborn, dass eben die Muslime hier versuchen, angeblich Europa zu erobern. Und diese Person ist gleichzeitig jene, die sich massiv mit einer bestimmten politischen Partei im Parlament für die Errichtung eines interreligiösen Dialogzentrums in Wien eingesetzt hat. Also hier kooperiert die römisch-katholische Kirche, Herr Bischof Schönborn, der gleichzeitig auch einer der Berater des Vatikans ins, mit Saudi-Arabien, mit der ÖVP in Person von Herrn Michael Spindlecker, der auch dem Orden der Kreuzritter angehört. Und gleichzeitig beklagen sie sich, dass hier extreme Strömungen innerhalb des Islams empor kommen. Und diese Doppelbödigkeit, die muss man aufzeigen. Das heißt, wir ebnen gleichzeitig mit der Art und Weise, wie wir die Politik betreiben, hier den Nährboden für diese Gruppierungen aus. Wir unterstützen die Brandstifter. Und gleichzeitig wollen wir sozusagen als die Feuerlöscher auftreten. Und das ist ein Widerspruch in sich, das muss man aufzeigen. Und daran erkennt man auch, dass viele dieser Diskussionen nicht ehrlich geführt werden. Wir haben ja über diesen Nährboden gesprochen. Jetzt ist es so, dass die Entstehung eines solchen Nährbodens zu kontrollieren, ist in Österreich zumindest potenziell möglich. Im Ausland wahrscheinlich gar nicht oder sehr schwierig. Wäre es jetzt in Frage auf die Flüchtlingsbewegung nicht trotzdem die logische Konsequenz, dass man die Grenzen dicht macht? Ich glaube, es schwingt in Ihrer Frage mehrere Themen mit. Und das eine mit dem anderen zu vermischen, wäre nicht ganz richtig. Aber auch voneinander strikt getrennt zu halten, ist auch nicht richtig. Wir haben hier in Österreich zum Beispiel die Muslime, die seit 1912 als gesetzliche anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich sind. Das ist ein Faktum. Es hat 2005 das Islamgesetz neu gegeben, wo viele Sachen neu geregelt worden sind. Bis zum heutigen Punkttag haben viele dieser islamischen Gruppierungen sich als die einzige und alleinige Vertretung aller Muslime in Österreich, auch gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, als Ansprechperson dargestellt. Das ist erstens falsch. Es gibt innerhalb des Islams mehrere und unterschiedliche Strömungen. Die IGGÖ als gesetzlich anerkannte Glaubensgemeinschaft hat nur bestimmte Strömungen innerhalb des Islams sozusagen vertreten und auch für eine bestimmte Gruppe innerhalb des Islams ihre Angebote dargelegt. Und das ist die Logik, die fatale Logik, die diese Herrschaften zutage gelegt haben. Als die arabischstämmigen den Präsidenten gestellt haben, wurde primär für diese Community und für diese Ethnie die Angebote ausgerichtet. Jetzt wurden sie abgelöst von den türkischstämmigen und man versucht sozusagen, die anderen hinterher auszudenken. Das, was bis heute nicht verstanden worden ist, dass die Muslime in Europa, insbesondere in Österreich, Rechte und Freiheiten haben, die sie in vielen anderen muslimischen Ländern nicht genießen können. Das heißt, sie haben hier die Möglichkeit, Fragen aufzugreifen, die in vielen anderen muslimischen Ländern nicht möglich sind. Daher kann man auch von hier aus Impulse setzen, dass ein Umdenken, eine Diskussion in der islamischen Welt vonstatten geht. Das ist aber eine innerislamische Diskussion. Unsere Aufgabe als Gesellschaft, als Politiker wäre, jenen aufgeklärten Stimmen den Rücken zu stärken, die Österreich als ihre Heimat ansehen, die auch die Werte, für die wir eintreten, die Werte der Aufklärung, der Gleichberechtigung, der Trennung von Staat und Religion, die Demokratie hochhalten. Das sollten unsere Ansprechpartner sein. Nur bis dato wurden primär immer die reaktionären Kräfte hochführt und unterstützt. Da kann ich Ihnen auch zahlreiche Beispiele anführen, aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und hier erkennt man dann diese Doppelbödigkeit, die uns letztendlich jetzt alles einholt. Es haben sich Strukturen gebildet, die vom Ausland aus gestützt und genährt werden. Das sind mächtige Institutionen, die dem politischen Islam nahestehen. Sie haben hier unterschiedliche Netzwerke aufgebaut. Sie verfolgen auch eine Agenda. Die sind personell sehr gut ausgestattet. Sie sind finanziell sehr gut ausgestattet. Und sie haben jahrzehntelange Erfahrung. Und darum ist es wichtig, dass man das versucht zu differenzieren, was die Religion ist und das andere, was die Instrumentalisierung der Religion ist. Und das, was ich thematisiere und kritisiere, ist der politische Islam mit seinen Netzwerken, mit seinen Strukturen, mit seinen Haltungen, weil meiner Einschätzung nach hier diametral unseren Werten und der Demokratie entgegengearbeitet wird und hier auch versucht wird, den Nährboden aufzubereiten. Und wenn Sie die Diskussionen gestern, vorgestern gesehen haben, die Pressekonferenz des IGGÖ-Präsidenten, was war die Forderung, die Sie gestellt haben. Sie möchten jetzt auch in die Flüchtlingsbetreuung eintreten und das auch noch mit österreichischen Steuergeldern finanzieren lassen. Ist einmal eine legitime Forderung, wenn Sie mich fragen, warum? Weil wir dieses Recht, dieses Privileg, auch anderen Religionsgemeinschaften einräumen, Schulen zu betreiben, NGOs zu betreiben, Kinderbetreuungseinrichtungen zu betreiben und so weiter. Das heißt, wir haben keine saubere Trennung zwischen Staat und Religion und jetzt kommen dann natürlich auch diese Gruppierungen und verlangen das gleiche Recht, das anderen Religionsgemeinschaften zuteil wird. Und einen ein Privileg einzuräumen, den anderen nicht, widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und genau dort setzen dann diese Gruppierungen an. Und ich persönlich, ich komme aus der Flüchtlingsbetreuung, ich habe da wirklich jahrelange Erfahrung, ich würde es für einen massiven, fatalen Fehler erachten, wenn hier auch noch Gruppierungen, die dem politischen Islam nahestehen, der Atib, der Milligörösch, der Moslembruderschaft, auch noch die Flüchtlingsbetreuung in die Hände zu legen, damit würden wir uns die Probleme der Zukunft selber finanzieren und das würde meines Erachtens noch wirklich so einen frechen Brand aushalten. Daher, und warum führen wir diese Diskussionen? Weil es keine saubere Trennung zwischen Staat und Religion in Österreich gibt. Sie haben uns gerade die Strukturen in Österreich sehr gut erklärt. Was wären jetzt Ihres Erachtens die notwendigen Maßnahmen, die in Österreich notwendig sind, um die Schaffung eines solchen Nährbodens zu unterbinden? Wie ich es vorhin schon angesprochen habe, hier jenen Kräften den Rücken zu stärken, für die es kein Widerspruch ist, Österreicher zu sein und muslimischstämmig, die hier aufgewachsen sind und auch diese Werte vertreten. Es ist kein Automatismus, hier aufgewachsen zu sein und auch diese Werte der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung von Mann und Frau auch zu verteidigen und diese zu leben. Wir haben das gesehen vor wenigen Wochen als zigtausende Türkischstämmige, die pro Erdogan-Kundgebungen in Wien und in Österreich Städten abgehalten haben. Das sind Leute, die in der dritten, vierten Generation auch hier aufgewachsen sind. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist hier alles schiefgelaufen? Und ich verstehe diese Menschen nicht, weil ich ihre politischen Ansichten teile, aber ich verstehe sie, weil viele auch Ausgrenzungserfahrungen erleben, weil viele auch benachteiligt werden, aber auch viele ihre Chance, die sie haben, nicht nutzen. Und dann kommen diese Gruppierungen und Vereine, die primär die Muslime in der Opferrolle sehen möchten, weil da können sie sich am besten abholen und verstärken das. Und darum ist es wichtig, dass man diesen Gruppierungen den Wind aus den Segeln nimmt, dass man diese Strukturen, die es gibt, aufzeigt, die Auslandsfinanzierung wirklich einen Riegel vorschiebt, das Islamgesetz neu hat hier der Auslandsfinanzierung keinen Riegel vorgeschrieben. Man kann jetzt über andere Strukturen weiterhin Gelder nach Österreich reinholen, um hier bestimmte Strukturen zu finanzieren. Und solange wir hier das nicht erkennen und viele andere Entwicklungen auch, da spreche ich jetzt von Islamic Banking, Halal, das sind milliardenschwere wirtschaftliche Bereiche, wo man Zertifikate ankaufen muss, damit man überhaupt in bestimmte Märkte reinkommt. Und auf das hat eine Religionsgemeinschaft ein Monopol. Und das sind Themen, das muss man kommunizieren, das muss man verständlich erklären, ohne pauschal eine Religion frontal anzugreifen oder die Mitglieder einer Religion zu diffamieren. Und das sehe ich als meinen Beitrag, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, Diskussionen anzuregen. Deswegen bin ich auch hier, wurde ich auch heute geladen, um hier eben zu informieren, aufzuklären, damit hier der notwendige Druck aufgebaut wird, diese Entwicklungen so weit wie es geht zurückzudrängen, weil das ist genau das, was meines Erachtens nach unserem gesellschaftlichen Frieden den Zusammenhalt massiv gefährdet. Und da darf man keine falsch verstandene Toleranz zutage legen oder faulen Kompromisse eingehen. Können Sie eine realistische Einschätzung abgeben, ob Österreich in der jetzigen politischen Konstellation mit dieser Regierung diese Probleme lösen wird oder lösen können wird? Also diese Frage ist wirklich sehr schnell und einfach zu beantworten, nein. Auf gar keinen Fall mit diesen handelnden Akteuren. Bis auf einige ganz, ganz wenige Ausnahmen, glaube ich nicht, dass wir diese Thematik, diese Problematik jemals einfangen werden können, weil überhaupt das Bewusstsein gar nicht gegeben ist und manche teilweise mit diesen Gruppierungen auch verbandelt sind. Daher glaube ich wirklich nicht, dass man mit der jetzigen politischen Konstellation diese Themen jemals bewältigen wird können. Ich danke für das Interesse und die Einladung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020